Nein, bitte, sicherlich. Also es ist völlig klar. Ich habe viel gesehen. Ich war deutscher Meister, ich war Weltmeister, ich war Hausmeister, ich war amerikanischer Waldmeister. Ich habe alles erreicht. Trotzdem würde ich gerne einmal mit Touristen um die Welt segeln, Piraten persönlich kennenlernen oder auf dem Bikini-Atoll eine Atombombe testen. Ich würde gerne einmal den Eiffelturm ansägen oder mit meinem Kumpel Edmund Stoiber den 65. Geburtstag im Ätna feiern. Ich würde gerne vom Aussterben bedrohte Wale angeln und sie grillen. Aber es geht nicht. Irgend so ein Arschloch hat mich eingepackt.